Musik Musik Hallo, sage ich, JHunterTheCriminal, zur sechsten Folge 3Moods Radio, aber auch zum ersten Teil der Tribute to the Mafia Reihe. Hiermit kündige ich an, dass es nicht bei diesem Teil bleibt, ansonsten wäre es nicht als Part 1 betitelt. Ich möchte auch einfach mal Danke an alle Zuhörer weltweit sagen, viel Spaß mit der ersten Hommage aus dem Hause M.J. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Viele Planen, doch ich mache viele Dramen, doch ich lache viele Arme Toskis marschen nach, doch sind publikate H&M Ich bin die Marke, möchte die Karten, spiel die Karten, wofür du bekannt bist Ist viel gequatscht, doch nicht die Taten Du nimmst das Game und rennst mit deinen Beinenschmerzen Komm her, komm näher, wenn du wirklich willst, lass ich weine werden Und jeder schläft allein, jeder wird alleine sterben Doch vorher muss ich paar Scheine klären für meine Ermo Karo, der Dunkelheit, auch mit nem Räuber-Shit Na mir dein Klöcker, dein Handy, die Beitel mit Vater am Oberlof, wo viele Leute sind Und wenn ich gestern, da krieg ich dich heute Bis meine Taschen plafen und voller Beute sind Komme mit Kloro, von Durum, betäube dich Nimm mir die Schlüsse zu deinen Gebäuden mit Ende nicht Türen öffne und aus Röne We gon' win to the floor Ah yeah H&M Geder 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 Bis zum nächsten Mal. Und dass bei Triple Six Mafia auch eine Frau mitwirkt, zeigt Gangstabu mit dem Track Love Don't Live. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Natürlich produziert von DJ Paul aus dem Ashes-to-Ashes-Album von Lil Juhl Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jeder hat seinen Liebling in einer Crew Und meiner ist und bleibt Lord & Famous Hier aus 94 aus dem Smoked Out Locked Out Album Rest in Peace Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und weil ich den Sound von dem Scarecrow und seinem Bruder so liebe, gleich noch ein Jump Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020